Ich habe diesen Zustand. Diesen Zustand? Mein Gedächtnis betreffend. Gedächtnis, Schwantier. Nein, nein, es ist was anderes, glauben Sie mir. Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts mehr merken. Alles verblasst. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern. Was ist das letzte, woran du dich erinnerst? Meine Frau. Das ist süß. Wie sie starben. Lenny! Ich denke, über meinen Zustand haben wir schon gesprochen. Naja, eigentlich immer, wenn wir uns sehen. Du weißt nicht mehr, wo du gewesen bist oder was du getan hast? Nein, ich kann mir keine neuen Sachen merken. Es ist wie aufwachen. Als wäre man gerade aufgewacht. Wenn du diesen Mann findest, was machst du denn mit ihm? Ich bringe ihn um. Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen. Bist du dir sicher, dass du das willst? Meine Frau verdient, dass ich sie reche. Trau ihr nicht. Sie wird dich benutzen, um sich selbst zu schützen. Jemand versucht mich dazu zu bringen, den Falschen umzulegen. Hinterfragen kann man alles. Nichts auf der Welt ist sicher. Teddy glaubt seinen Lügen nicht. Du fährst zielos rum und spielst Detektiv. Vielleicht solltest du dir mal selbst auf den Zahn fühlen. Wer hat dich so zugerichtet? Du warst das. Ich will mein Leben wiederhaben! Wieso fragen Sie mich? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts Neues mehr merken. Alles verblasst. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Wir haben schon mal darüber gesprochen, stimmt's? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe.